Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück beim LS22 am Projekt Du bist schon am Mann, wie wollen wir das machen, hau oder alles gross Wie stehen sie dazu? Die Breiten fast noch mal spottig sind Ja, wird aber preistechnisch glaube ich schwierig Gibt es überhaupt noch eine zweite normale Wiese? Boah, warte mal Jetzt noch ein paar Nadelgeschakte, wo jetzt nicht zu riesig ist und dann auch dementsprechend nicht zu viel kostet Das finde ich gut Ich wollte doch gehen Aber ich könnte ja regelisch auch mal einen kleinen Ackerkappen und damit groß aus sein, aber dann muss ich dadurch ja schon wieder wachsen Ich wollte doch da Über der Neuen Über der Neuen Dann mal über die Neuen Über der Neuen, ach schau ich mal ne Oder hinterm Landtag Bei der 17 Zwischen 17 und 18 Ach scheiße Beim Landtag Sagen sie Ja das ist Das ist keine reguläre Ja, ja Es ist Es ist mehr oder weniger ne Wiese kostet aber Knapp das Zehnfache Was wir momentan auf dem Geld Auf unserem Konto haben und zwar 242.000 Was? Die hinterm Lahnhandel? Ja. Jaaaa! Wie haben die über der 9? Über der 9? Hmmmm... Die ist in Reichweite prinzipiell. Die kostet 80.000 oder so. Ja. Die sind zwar dazu noch blöd, aber sie ist in Reichweite, ja. Ja. Ich klatsch jetzt erstmal Eier weg. Dann kann man wieder benutzen, gell? Ja, ne Foto und die Kiese auch knüpfen. Ja, ja. Da ist wohl noch nicht allzu viel da, aber... Dann kann man es mitnehmen. So. 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 Das liegt glaube ich am Meeweg auch Der hat auch keine Eiratung schon weiter Ja Das auch, ja Ah, er wird hier nicht angenommen Ja, hier liegt eins auf dem Boden Verkehr drum Acht auf Auf Anwendung Da gibt es wieder gut aus Anwendung Da haben wir den Eiern Und Dann Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß wieder rauszukriegen. Ja und euer Eis. Man muss sagen die Eier produzieren am schnellsten von allen. Ja. Ja. Mal die da hinten. Ja. 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 Aber schön pass sie mein Auto in die Käserei rein. Rommelgerau 1-1 Sehr empfällig Boah, ein bisschen Ruhe und Abgaben Wirklich? Es ist Aroma und so Räuterkrieg, zackst Zitzen Ich muss mir schmeißen und rugby Pass ab und rein Ah, einfach Eine noch mal Etwa Mir rein Brissell Oh, das ist richtig. Da war ich glaube zu. Oh, das ist jetzt was rausbaut. Das ist wirklich nicht zu blöd. So, da sind wir schon drin bleiben. Okay. Wo ist es drin? Und ich habe es nicht zu blöd. So, da sind wir schon drin bleiben. So. Nein, schon wieder da da. Wird es dicht? Fast. Oh, ich war richtig schön. Das ist gut. So, dann machen wir uns auf den Weg. Dann kommen wir dich mal besuchen mit Käse und Butter. Und Eiern. Wir müssen hier dringend dann Dünger draufklatschen, gell? Auf diesen? Jo. Okay. Der pH wird jetzt richtig schlecht. Schmeißen wir ein bisschen Milch oder ein bisschen Gülle auf. Bah! Gülle, Gülle und Fülle. Ja, klar. Ah, da hinten bist du. Ich muss beim Bergauf mal nehmen wir das B-Werk aufnehmen. Ich meine, damit wir die Flieger vorziehen können. Ich glaube, wenn ich gerade bin, wenn ich gerade ausschliess. Guckst du dir an, was ich bei hab? Nein. Den ganz guten Schlafen. Boah. Oh, ey. Ein Traum. Ein Traum. Ein Traum macht Spanggott noch schön. Die Eier von sich macht Spanggott noch gut. Ne, weil dann haut's wirklich nicht Spanggott hin, dann haut's rum. Ich hab' mich nie dran. Ich hab' mich nie dran. Weil der schläft dann nämlich am Boneser und halt so ist's vorbei. Ja, fein. Dann hätte ich schon meinen, dann haben wir ihn. Wir legen ihn her. Ja, dann fliegt er noch nicht mehr oben. Nein, wir gehen noch weiter oben. Ach so. Ja, ja. So, der Lieblingslieferant ist wieder da. Oh, ich bin da. Oh, da war nicht passiert. Ich hab' den einen Karten nicht umgespissen. Bleh. Oh, haben wir den? Oh nein, hier ist's! Brüder! Kannst du auf Arm laufen, dann kannst du auch wieder in der Rest stehen lassen. Ja, gut. So, mein Mensch, da haben wir heute die Ladung. Die können wir schön aufbauen. Das funktioniert auf jeden Fall. Wir sind da aber richtig dranbleiben, das ist halt das Problem. Jetzt mal so machen. Dann rutscht das Meister zurück, wenn ich schon draußen bin. Dann braucht das Zeug bloß noch umlegen. Oder mal, wenn man die Dinge mal drehen muss. Ich will dann wahrscheinlich ein Träger für dich. Oh, die Flakare dort drin. Oh, die Flakare. Oh, ich bräuchte die Kulver aus, die 17er. ja da waren es doch die dinge die kleinen da so ja stimmt ja aber es waren spooker aber weißt du was mir fehlt hier auf der bergbahn original hb das ist für den lissern geworden also der ding das auto ich hab nicht geworfen da hast du noch mal zwei Worte und da sind wir schon wieder vorriefen Coca Cola, Fanta, Keroldsteine, Becks das war's weiss das so und vieles war's im Kils und hier noch Äpfel Pychamie Wusterland ja doch frische Haarmilch ich glaub mal drauf so wenn die nur dann noch irgendwelche Säfte interessant wir sind inzwischen immer wieder auf 30.000 zwar nicht die riesen Menge aber immerhin wieder Bilder war's ok ok oh aber wir sind auch Musik Oh, dann haben wir das auch, dann können wir eigentlich jetzt uns mal ans Mais sehen machen Kalender können wir, passt Machen wir uns mal an die 3 aus, sieht so wie sieht es denn auf der 3 aus? Hallo? Die Datei machen, wenn wir schon 2 Acker für die Mais machen Ja, können wir machen Können wir machen, ja Stickstoff ist gut, pH ist auch gut Warte, da ist soweit nichts mehr, das heißt wir können direkt drauf kloppen mit der Maiser Magie Ja, das muss ich vielleicht schaffen Boa 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 Das war's. Nimm mal so eine Salve dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann gehen wir uns auf, um zu sehen. Aber dann ist auch schon eine Nextion-Folge. Denn liebe Leute, wir sind noch mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die nicht mehr sehen darf. Ein Däumchen wäre ein Dräumchen. Dann kannst du auch keinen Cent und den roten Knopf drauf werden. Dann werden wir die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier. Und bis dahin macht es gut, haut rein und tschau tschau. Tschau. Tschau.